Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Trommelder 5, die Chronik hier immer noch in Island beim Versuch, den Pater zu retten vor dem Dämonen. Wir haben im letzten Part eine Seehexe geopfert gegenüber diesem kleinen Medienwun und das war schon ziemlich brutal eigentlich. Und haben zum anderen das Wasserrad ein bisschen abgeschwächt, sodass die Strömung nicht mehr allzu stark ist, aber leider fließt das Wasser natürlich immer noch, sodass der Dämonen immer noch nicht zufrieden ist und uns den Pater überlässt. Dementsprechend müssen wir noch ein bisschen weiter rumprobieren. Wir haben auch schon da oben einen Weg übers Dach gefunden, aber da kommen wir noch nicht lang. Zumindest wird uns da noch, ähm, ja, gibt uns da noch immer keine Möglichkeit, da irgendwas zu machen. Hier geht es, glaube ich, nur zu den Mühlen, ne? Ja. Hier scheint es nämlich immer noch zu fließen. Hier geht es, glaube ich. Okay, da vorne ging es, äh, ist noch eine kleine Lücke im Boden. Aber da kommen wir von hier aus nicht ran. Also, beziehungsweise können wir es da nicht dücken. Ich stand da schon davor, aber wir können es da nicht reindücken. Dementsprechend wird es ziemlich schwer, da irgendwie... Also, nur um kurz zu zeigen... Nein, ich will... Ähm, okay. Da. Aber ich komme ja nicht rein. Da ist das Problem. Weil ich mich nicht pflücken kann. Was in der gewissen Weise Sinn macht, weil sie das einfach wahrscheinlich eher trinken würde. Aber ja... Boah. Ist ein bisschen unvorderhaft. Boah. Ich kann aber ganz kurz laden. Vielleicht haben wir oben... Ein bisschen ein bisschen weit rum. Okay. Ähm... Vielleicht habe ich hier irgendwie was übersehen. Man hätte hier theoretisch... Einen tollen Umweg gehen können. Oder so. Keine Ahnung. Weiß ich ja nicht. Klara. So. Gut, dass ich gespeichert habe. Weil der... Der zoomt auch hier so schön dran. Aber man kann halt nicht rein. Das ist das große Problem. Das ist das große Problem. Hey. Okay. Vielleicht... Da hinspringen? Hat ja auch keinen Sinn. Das ist echt ne gute Frage. Ich hoffe, ich höre nie aus irgendwo hochklettern. Ne. Ne, sieht schlecht aus. Okay. Hier kommen wir immer noch nicht durch. Hier ist immer noch die Strömung zu stark. Jetzt geht's auf einmal. Willst du mich verarschen? Jetzt im letzten Mal so dreimal versucht. Aber das ist eh der Weg, wo wir schon waren, ne? Ja. Das ist das Secret gewesen. Also bringt mir das auch nicht viel. Ja, gut. Ja, gut. Es muss ja einen Grund haben, dass wir jetzt auch hier hin können. Wahrscheinlich kann man da vorne echt irgendwie schon irgendwie rein, aber... Es ist irgendwie so unfassbar schlimm gemacht, dass man das wirklich echt nur richtig doof hinbekommt. Kann ich mir richtig gut vorstellen. Also es wird theoretisch einfach da vorne schon längst hin können, irgendwie. Aber... Ähm... Ich irgendwelche besonderen Special-Sachen machen muss, um da durchzukommen. Also es wird halt nicht hier durch. Das ist das Problem. Es ist ein offensichtlicher Kriechgang, aber sie will da einfach nicht durch. Das ist das große Problem. Was ist denn da unten noch? Das ist nur der... Ach, da ist gar nichts. Okay, das ist nur die Kamerafahrt gewesen. Kann ich dir vielleicht irgendwie Schatz sagen? So, hey... Nein, schade. Nee. Ich versuche hier gerade echt alles zu durchsuchen, aber irgendwie... Führen alle Wege nach da oben. Aber von wie... Also was kann ich von da aus noch machen? Es muss ja noch einen anderen Weg gehen, außer dass... Wo es offensichtlich nicht weitergeht. Ansonsten würde es ja... Da reingehen. Okay, jetzt geht es schon mal nicht lang. Hmm... 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 Okay, okay, okay. Geht das hin? Auch immer ich hin muss. Ich war gerade schon sehr confused, wo ich bin. Muss ich vielleicht das Brecheisen umbenutzen? Oder so, oder keine Ahnung. Weiß ich nicht, was kann man denn noch so benutzen? Das muss ja irgendwie, es ist ein Hicherns muss funktionieren. Willst du mich gerade verarschen? Ja, das habe ich gerade zehnmal versucht. Das hat dann alles zehnmal nicht funktioniert. Jetzt? Nee, sehe ich nicht. Ach, Spielmann. Warum? Ich wusste jetzt irgendwas nicht. Ich wusste, dass irgendwas da los ist. Mann. Oh, das Kind hat seine Aufgabe gut erledigt. Zum ersten Mal in Äonen koste ich den süßen Geschmack von Freiheit. Fürchtest du mich jetzt nicht? Du hast deinen Zweck gut erfüllt. Soll ich deswegen Gnade walten lassen wie ein wohlmeinender Gott? Das wäre nett, aber ich rechne nicht damit. Doch, ich werde dich verschonen, weil dich dann ein Schicksal erwartet, das viel schlimmer ist als der Tod. Denn wenn du aus dieser Welt scheidest, wirst du im Himmel nicht mehr willkommen sein, weil du nämlich einen Dämonen freigelassen hast. Mein Glauben wird mich vor geringen Dämonen wie dir beschützen. Aua. Ja, das mache ich auch mit Lebensrettung immer. Das Buch aus der Bibliothek. Das mach doch. Nimm es. Die Namen. Lies die Namen vor. Askaroth, Arquiel, Aracula, Belial, Bukon, Beleth. Hilf mir! Lies weiter, Mädchen. Du hast es gleich. Kemos, mach's die Fall. Werde, Letz! Was ist das? Ich will zuschlagen, aber ich kann nicht. Gut gemacht, Mädchen. Und bevor du fragst, das Buch, das du gefunden hast, ich hatte selbst danach gesucht, konnte es aber nicht finden. Ich habe einfach angenommen, dass du es hast. Und zum Glück hatte ich damit recht. Aber wie? Wenn du einen Dämonen beim Namen nennst, hast du Macht über ihn. Und du hast seinen Namen genannt. Er gehört dir, Lara. Oh, dafür werdet ihr in der Hölle schmoren für alle Zeiten. Ich werde euch mit euren eigenen Eingeweigen erdrosseln. Und dann quetsche ich! Ach, halt die Klappe. Was hältst du davon, wenn wir das so verlassen und auch den Rücken kehren und nach Hause gehen? Ach, fast hätte ich es vergessen. Willst du unserem kleinen Freund da hinten nicht Lebewohl sagen? Zurück, wo du hingehörst. Sehr gut. Und ich glaube, dass du dabei ein paar wertvolle Lektionen gelernt hast. Das sehen Sie völlig richtig, Pater. Das wäre nett, aber ich rechne nicht damit. Der Weg, den sie gewählt hat, war der Weg, den sie liebte. Und darüber sollten wir uns freuen. Nicht trauern. Allerdings sorge ich mich um von Kreu. Er wird von Dämonen fast zum Wahnsinn getrieben. Tief in seinem Inneren, um endlich ihre letzte Ruhestätte zu finden. Er wird selbst nicht rasten nach Ruhm, bis diese Aufgabe erfüllt ist. Ah, das berüchtigte Trophäenzimmer. Und Sie, lieber Winston, machen nun sicher die erforderlichen akrobatischen Kunststückchen, damit wir da reinkommen, ja? Miss Croft genoss ihre kleinen Spielchen sehr. Und hier ist es, Gentleman. Das Artefakt, das zu der Feindschaft zwischen Miss Croft und von Kreu führte. Und damit letztendlich zu dieser schrecklichen Situation. Die Iris. Okay, Schönheit. Aus deinem Schweigen schließe ich mal, dass du in Position bist. Direkt vor dem Werk der Von Kreu Industries, richtig? Mit unserer kleinen Trophäe darin, der Iris. Bestätigt. Also, das ist doch deine Stärke, oder? Zeit, das Dach zu wechseln. Das Dach wechseln. Das sagt sich leicht vom Erdgeschoss aus, oder? Oh, ja. Oh, ja. Schön weg. Lara? Bist du da, Lara? Wenn man sich mit diesen verrückten Britentussis einlässt. Hörst du mich? Britentussi. Ha, Mann, das war ein Knall. Was zum Henker ist passiert? Vergiss es, Yankee-Fatzke. Ich geh jetzt rein. Die Britentussi wird ja vielwärts ein bisschen aufräumen. Und herzlich willkommen. Willkommen. Okay, mal sehen, was wir da haben. Folge dem Schacht bis zum Hauptkorridor. Du bist im 13. Stock angestiegen. Soll manchen Leuten ja Pech bringen. Ja, denen zum Beispiel, irgendwelche Begrüßungskomitees? Das ist deine Arbeit, Mädel. Ich bin kein Superheld mit Röntgenblick. Das ist mir auch schon aufgefallen. Eines Tages wirst du dir mit deinen scharfen Sprüchen mal die Zunge abschneiden. Denk daran, der Schalldämpfer an deiner Heckler wirkt nur bei Einzuschüssen. Und je weniger Aufmerksamkeit du erregst, desto gesünder. Klaro? Danke. Aber daran hatte ich auch schon gedacht. Ich will nur sicher gehen, dass du nichts übersiehst. Genug gequasselt. Sag mir Bescheid, wenn du was entdeckst. Tja. Könnte etwas höflicher sein, dass mir... Ach. Ja. Und damit herzlich willkommen im 13. Stock, wie Sip es gerade schon erwähnt hat. Wie auch dieses Level heißt. Und zwar kommen jetzt meine absoluten drei Lieblingslevel. Ich... Ach. Ich bin so verliebt in diese Level. Das kann man sich nicht vorstellen. Also wirklich. Das sind solche traumhaften Level. Ich... Lieber es einfach. Ähm. Und wir haben... Zum ersten Mal... In... Seit dem ersten Teil haben wir zum ersten Mal... Ähm... Nur... Eine begrenzte Waffe. Wir haben nur eine einzige Waffe dabei. Und die ist auch noch begrenzt. Von der Munitionsanzahl her. Ähm... Das ist natürlich... Eher unvorteilhaft. Aber wir werden hier eh nicht so... Krass ballant durch die Gegend rennen. Denn... Naja. Oha, da ist sie. Die Iris. Die wollen wir ja. Die haben wir im... Vierten Teil haben wir sie ja gefunden. Ganz am Anfang im Tutorial. Und... Äh... Von Creu ist ja dann... Verschüttet worden erst einmal. Weil er... Die unbedingt haben wollte. Und naja. Hat es anscheinend aber irgendwie... Trotzdem überlebt. Wenn sich da auch nur eine Spinne reinverirrt... Es ist die Toast. Und? Wie kann ich das abschalten? Mach mal kurz Tea-Time, Herzchen. Ich arbeite dran. Und mit sowas muss man arbeiten. Beschwer dich lieber nicht. Ich bin dein Auge und dein Ohr. Dann hätte ich kein mehr davon... Und weniger von dem Mund, der da so dumm rum... Quatscht. Aber ich liebe es. Ich liebe auch diese... Ich liebe es auch, dass Zip jetzt hier wieder am Start ist. Der ist ja auch erst... In Legend ist der ja... Ähm... So wirklich... Im Kopf. Eigentlich. Ich hab auch... Damals immer... Ich wusste damals einfach nicht mehr, dass... Dass Zip hier überhaupt in 5. Teilen vorkommt. Ich wusste, dass es hier einen Technik-Typ gibt. Aber ich wusste nicht, dass das Zip ist. Dass der auch wirklich Zip heißt. Aber der ist ja später nochmal... Hat ja auch nochmal ein paar Rollen. Finde ich ganz gut, dass sie zumindest... Ähm... Zip und Winston... Später... Äh... In den ganzen... Square Enix-Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ich bin am Horn. Viel zu viel. Das sieht ja aus wie der Hulk auf Steroiden. Verrätst du mir auch, was das Ding hier macht? Ich bin nicht ganz sicher. Man munkelt das VCI an einem neuen Panzeranzug für die Infanterie. Das ist ein bisschen schade, dass die jemals abgekapselt sind. Also abgekattelt. Da ist mit Sicherheit keine Rüstung für Zivilisten. Da kann ich kaum widersprechen. Und die Waffen? Also mein Bild ist nicht scharf genug für eine genaue Analyse. Aber ich würde sagen, das sieht nach Niedrigfrequenzlasern aus. Geringe Reichweite. Aber wenn du den Dingern ins Schussfeld rennst, dann können sie dich in einem Plastiksack vom Spielfeld tragen. Ich verstehe, was du meinst. Ist das denn die letzte Mal so abgekattelt? Hm. Ich weiß nicht, da liegt ein Serial so cool. Aber das ist wieder so eine Sache. Das ist einfach einer der Gründe, warum ich den fünften Teil und vor allem diese drei Level, die jetzt eben folgen, so unfassbar liebe. Weil es einfach... Es ist kein typisches Tomb Raider. Mit Rätsel machen und rumballern und dies und das. Sondern es ist wirklich einfach so ein bisschen Agenten-Style. Das ist halt richtig, richtig cool. Man muss schleichen, man muss vorsichtig sein, dass Leute einen entdecken. Man muss Leute beobachten, um irgendwelche Sachen rauszufinden und dies und das. Das ist richtig cool. Wir haben auch, nochmal ganz kurz, hier das Headset. Das haben wir ja noch gar nicht gezeigt. Hier das Headset, das haben wir noch schön dabei. Mit Infrarot-Sicht natürlich. Weil ohne geht er gar nicht. Und natürlich unsere HK-Pistole hier. Und das ist einfach... Ah, ich liebe auch hier Outfit und die sind... Das ist einfach fantastisch. Ah, so. Aber ich würde sagen, wir kümmern uns um dieses wundervolle Level und auch die nächsten zwei wundervollen Level erst ab dem nächsten Part. Oder führen die da ein bisschen weiter. Und ich würde sagen, ich mache hier erstmal einen Cut. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Von Twitter 5. Die Chronik. Bis dahin. Sag ich ciao. Bis dahin.